Die Sache mit... Die... Oh, ein neues Gesicht? Wunderbar! Hallo, Mr. Weeks, nicht wahr? I'll be weeks. Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ich seh mich mal oben. Danke. Na, wonach suchen Sie heute? Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Danke fürs Vorbeischauen. Es kann zwar... Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Gibt's? Gibt's? Oh! Untertitelung des ZDF, 2020